und gucken mal wo wir dann rauskommen oder wie wir rüberkommen oder so wollen es natürlich überall umschauen deswegen gehe ich erstmal ganz zu einer seite datamon guten tag mr datamon ich kann ich jetzt gar nicht gebrauchen naja wir haben wir noch die anderen so jetzt kommt noch der hier der macht ja auch schon damage ehrlich gesagt und das hätte ich jetzt mehr erwartet aber egal 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 86 keine ahnung egal egal da lacht er wieder zu schäbig so magner angemordnes level 55 muss ich da mal nicht komme oder was warum glitzern wir hier gibt es sind wir immer oder bin ich jetzt gerade verwirrt geht es dann immer okay wir geht es dann immer das war nur meine eigene verwirrung in bus 3 brauchen wir nicht so da nach rechts sehe ich heute ist auch auf dann gucken wir mal hier nach rechts oder hinten ist wieder was ja sehr schön diamant natürlich warum auch nicht so gehen wir hier nach rechts oder nach oben datamon ja pusten wir mal weg wollte ich auch noch mal haben wenn ich ihn so klein und süß finde ich weiß nicht finden sie sich der einzige der datamon flüge findet also kleine ist so kaputt haha du lösche so hier lang denn jetzt hier runter geht das hier überhaupt irgendwo weiter schon wieder ein datamon müsste mir mal angewöhnen mit anderen zu besiegen aber naja jetzt für dieses ding hier irgendwie hin und her wackeln toll kann sie wirklich treffen so wer ist level up so gut wie alle wieder so 150 hat er die defensive muss jetzt noch um 11 steigen also minimum plus 11 level und oben muss halt auch noch glaube ich 1600 sollte da haben wenn 15 level ja müssen wir mal schauen kriegen wir alles irgendwie hin da oben glitzert wieder was da unten können wir raus aber wir schauen uns natürlich erstmal um ich sehe da ganz oben nämlich auch wieder was glitzern da oben rechts jetzt attack boost wo ist denn das jetzt ach da rechte seite ok nach rechts achso auf der anderen seite kann man auch hin ok wavepoint c c da ist nichts kann auch gleich wieder umdrehen gut dann gehen wir mal da unten den ausgang raus schlüpfen wir mal hindurch schlüpfe 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 so jetzt schlüpfen wir wunderschön was haben wir hier mami mon medaille aber das ist nicht mami mon in den mami mami mon mumie als digimon also kenne ich nicht aber es ist ja jetzt nicht so dass das irgendwie überraschend kommt wenn ich hier digimons nicht kenne doch das kommt eigentlich immer überraschend rüber oder weil ich ja der high class digimon experte bin deswegen sollte das eigentlich überraschend rüber kommen zumindest tue ich alles dafür dass ich hier high class wirke das kann ich gar nicht sagen ohne selber zu lachen ist schon ein bisschen bitter ok dann gucken wir mal bei den anderen connecting jump kram hier können wir wieder wunderschön alles platt machen zakuya mon ist schon level 80 so ja ich bin sehr stolz auf meine digimons ich finde wir haben gute digimons und die werden immer besser und das finde ich auch gut oh int ist wieder gestiegen sehr schön sehr schön ich freue mir einen schnürschuh freue ich mir ja ist ja gut ja ikakumon ikaku hätte ich das bloß ausgedacht dieses wort waren wir schon hier oben sind wir schon mal hier runter gelaufen ja irgendwie bringt uns das nicht weiter so wir können jetzt natürlich da rein aber genau das mache ich jetzt schnell mal ich gehe mal ganz kurz ins digimon labor und lass einmal meramon zu skall meramon und wieder zurück damit wir bei der abi bekommen so meramon miramon skall meramon ja 48 uhr das dauert echt ewig alter das dauert wirklich ewig die defensive fehlt halt einfach noch 130 auch nur noch fünf die scheiße ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet und bei dir fehlt noch wie viel maximale hp 1600 ja komm das wird das kriegen wir auf jeden fall hin oh 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 das kriegen wir sogar diese diese aufnahmen ich mache das so lange bis wir das haben ganz ehrlich das ist mir so egal dass ich das jetzt hier durch steht zwar schon dass ich zwei stunden aufgenommen habe aber ich habe ja auch ein bisschen geguckt und die aufnahme hat nicht ausgeschaltet weil warum soll ich sie ausschalten und das gucken hat ja allein schon gedauert ich habe nur eine halbe stunde ich bin halt ein verwirrter bob so was haben wir hier die tigern erstmal wieder nach links ganz nach links da finden wir wieder was sehr schön hp kapseln c zehn stück meine güte könnt ihr meinen dass sie uns auf irgendeinen großen kampf vorbereiten wollen war aber das wollen wir jetzt einfach nicht das wollen wir einfach nicht hoffen ah plunsenmon ist da okay gut das sind jetzt nicht gerade die stärksten angriffe gegen den aber passt schon ne 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 hier das da bitte dann ist der nämlich schon mal weg hast du so gut gemacht bin so stolz ihr könnt mir eine träne aus den augen wischen habe aber gerade keinen bock drauf ich lasse es einfach laufen so neid mal sehr schön schläft bis der wieder angreifen darf ist sowieso schon die hölle eingefroren boah junge so jetzt aber gibts ihn mit kombo dreier kombo ja oder auch nicht naja der eine schläft ja stimmt sehr gut sehr schön da kriegen wir wieder oh toll halt hier lang müssen wir schauen ob hier oben natürlich hier oben ist nix schlag mir doch gleich ins gesicht ey ganz ehrlich so bitte nicht wörtlich nehmen da unten geht es aber was das holen wir uns ein irremalt im m m m der grüne stein von diablo weißt du wirst du doch wissen warm on warm on finde ich auch total toll wie ich die jetzt töte ich finde das so toll ja ich finde warm on auch toll ich finde eigentlich alle die die manns toll so in etwa also nun eben und ich bin kein fan von nun eben aber das macht ja nix aber wir haben beiden imperial 3 man kann mich kaum halten so gehen das hier überhaupt alles hin wenn wir jetzt hier runter gehen wo kommen wir denn da an war man da langt aber glaube ich denke ich mal das hier oder ja locker 3000 gibt allein schon nur ein warm und nicht schlecht aber der ist ja auch riesig der muss er mehr exp geben weil er von der größe her halt groß ist so wir schauen mal hier runter ich weiß nämlich nicht wo es jetzt hier runter geht scheinbar den ganzen verdammten weg wieder zurück war ja wow danke den ganzen weg zurück ok dann tigern wir erstmal jetzt geradeaus das sah nämlich so aus als ob das sich zusammen verbindet da ist nix als ob das nämlich zusammen läuft da oben hallo war man wurde noch ein paar prozente dann bist du mein allerbester freund ganz damit war man rumschweben muss auch cool sein oder sonst hätte es war man die ganze zeit hinter ein drei stück von denen am besten drei fette warm und sind einher meine güte so sammeln wir ein home gate ja ich will aber noch nicht nach hause so welches nämlich richtig gesehen habe verbindet der da oben verbindet was haben wir hier haben wir hier irgendwas kommen wir denn jetzt gleich raus schon wieder ein warm und wie viele waren uns gibt es denn hier im ocean oder was im ocean das spricht man jetzt so aus wenn man ein cooles kid ist ein cooles kid ja wenn man cooler kid ist ne denn cooler kid passt auch nicht weiß ich nicht keine ahnung ihr wisst was ich sagen will auf jeden fall wenn man das ist ne dann spricht man das so aus da fehlt nicht mehr viel und rüber so wo geht wo kommen wir denn jetzt raus irgendwo muss ja auch versteckt sein ich hoffe nicht irgendwie bei wansch leomon oder so nur wieder bei einer kiste sehr schön oh stimmt hier waren wir ja stimmt die kiste bank expansion drive sehr schön noch mehr die die uns die wir haben dürfen juhu so denn lass uns zurück wir gehen aber natürlich den umständlichen weg damit wir nämlich noch ein bisschen level dann können wir nämlich noch ein paar warme uns töten und werden einfach immer stärker und stärker und stärker und stärker und stärker und stärker die kann man nämlich auch ganz angenehm ich wünsche es werden drei waren und die 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 zack tot jay so jetzt muss ich mal gleich ganz kurz beim markner angewandt gucken worauf achte ich habe es vergessen ich bin so schlau ich glaube auf defensive 130 warte ich glaube defensive 130 war das so möchtest du mir was gutes mitteilen hp kapsel er sendet mir ein bisschen was um danke zu sagen was denn zum beispiel geld frauen drogen sowas habe ich nichts zu tun ich weiß nichts davon ich habe das im internet gesehen aber nicht auf den seiten die ihr denkt ich bin weiß ich nicht wir müssen weiter spielen tut mir leid ich würde mich ja gerne weiter darüber unterhalten aber wir müssen weiter spielen lohnt es sich zurück zu gehen na ich glaube mehrere doch ich glaube miramon kann ja schon wieder hin und her digitieren oder damit wir das ab hier ein bisschen hoch treiben alter das dauert echt lange ich habe glaube ich noch habe ich noch ein miracle meet aber möchte ich das wirklich verwenden dafür so markner nicht perjeldramon entschuldigung markner angewandt da warte ich auf das was ich sagte ne ja 130 da fehlt nicht viel muss ich sagen da fehlt nicht viel meramon skall meramon 52 und wieder zu nein doch er soll wieder meramon werden 56 was soll da haben 80 ne oh gott 80 alter 80 ist schon wirklich sehr hart 80 ist schon wirklich sehr hart kann man nicht wie viel memory speicher haben wir wir können auch irgendwas niedliches rein Andromon. Crab, Wood, Quarga. Irgendwas cooles können wir doch mit reintun, oder? Flamedramon können wir wieder mit reinmachen. Oder Togemon. Oder den hier. Aber die sind alle schon so hochlevelig. Muss ja irgendwas sein, was niedriges Level hat. Hier, Garurumon machen wir rein. Der hat noch niedriges Level. Niedriges Level. Den können wir noch reinmachen. Warte. Da ich nicht genau weiß, was mich erwartet. Außer das hier, was wir jetzt schnell mal einsammeln. Und dann schnell mal das hier noch durchziehen. Geht ja fix. Ich hätte jetzt echt gerne mal so ein USB-Stick, muss ich sagen. Hätte ich jetzt doch gerne mal. Und raus. So, aus unerfindlichen Grund werde ich jetzt speichern. Weil meistens sind so eine Portal-Dinger zum Digi-Labor immer kurz vor Bosskämpfen. Deswegen Angst. Einfach nur Angst. Das ist eigentlich der einzigste Grund. Angst. Angst. Aha. Aha. Wer ist denn das da vorne jetzt? Das ist aber nicht Bansch-Leomon, oder? Ich finde diesen Hund so süß. Ich will Heckmon haben. Wie bekomme ich ein Heckmon? Ich würde mal sagen, wir wechseln die einmal durch. Am besten dich einmal. Und dich nehmen wir mit. Weil ich weiß nicht, wie Rusty Tyrannomon darauf reagiert, wenn wir ihn reinschmeißen. Nein, lass mich. Ich habe keine Zeit, dass du dein Kappes. Du bist aber nicht Bansch-Leomon. Oder? Heckmon. Ich wusste es. Ich konnte nicht gewinnen. Nicht yet. Ich bin so sorry, Master. Bansch-Leomon. Okay. Vielleicht bin ich auch nur gerade verwirrt. Was ist das? Ist das das Limit von deinem Macht? Hast du auch die Wille verloren, um wieder zu stehen zu stehen? Ich wusste, dass es keine Chance gab, dass ich überhaupt ein Räuel-Kriter sein könnte. Du hast in unserer Quäste gewöhnt. Das ist kein Verrückung. Aber du wirst niemals ein Räuel-Kriter sein. Das ist ein Räuel-Kriter. Das ist der Räuel-Kriter. Ein Räuel-Kriter braucht eine Räu-Kriterung. Du hast es? Räu-Kriterung? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn dann dein Kampf endet, werde ich dein Training zum Schluss bringen. Er will ihn töten! Da müssen wir eingreifen! Wer bist du? Du, ich habe gesagt, nicht zu folgen. Ich... Ich habe nicht mehr zu tun. Es ist vorbei. Warum? Weil mein Master so gesagt hat. Es gibt keine Hilfe dafür. Was für das? Hegmon! Looking at Kay's bag. Do you still not understand? Bag? To protect one's... Bag? Hegmon! The Royal Knight's appellation is not granted to you by someone. You are first called a Royal Knight when you protect the world. Become a protector, Hegmon, of the digital world of your friends. That will of steel will lead you to the path of Royal Knighthood. I see. I was only training to become stronger. But that was wrong. The meaning behind fighting. The important thing. That's what it was. I will fight. To protect the person who supports... Support me. Oho! You appear to have sh... Shaded up somewhat. I will see how prepared you are now. Come at me with everything you have got. Yeah. We are definitely going to do with the little Hegmon. Oh, the is so sweet, the Hegmon. And I have Angst. But that's good. If that's good. Damage! Yeah. That's not damage. That's not bad. 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 Show me your strange. Irgendwie. Wom hat er das denn jetzt gemacht? Ist der verwirrt in seinem Leben oder wat? Gut, denn... Lass... Dein Combo'n wir jetzt halt. Wenn der das unbedingt will. Ist ja gar kein Problem. Hä? Er kriegt ja sogar noch ein bisschen Prozente in Charm. In Charm. So, wieder das hier. So, kurz bevor er tot ist, wechsle ich dann wieder rüber. So, ich mach jetzt normalen Angriff. Weil erstmal Combo mit Hegmon zusammen. Oh, ich find den Hegmon so süß. Der ist doch Rookie, oder? Der muss doch Rookie sein. Vom Niedlichkeitsgrad her muss der Rookie sein. It's hot. Aha. Will er mir jetzt damit irgendwie sagen, dass er heiß ist oder so? Ich weiß nicht so ganz. Wir wechseln schon mal aus, wa? Change. Wir wechseln schon mal aus, weil so schwer ist er jetzt nicht. Denn... Geht uns wenigstens nichts verloren. Einmal durchtauschen. Jetzt darf er wieder... Flashy Boss Punch. Aha. Aua. Alter, lass das! Lass das, Alter! Hör auf! Bist du bekloppt, oder was? Was hast du denn geraucht, Junge? Du kannst mich doch nicht einfach rumflashen und Boss... Muss ich die wiederbeleben? Ich hab Angst, die wieder zu beleben. Ich mach den jetzt tot. Das ist mir egal. Ich hab Angst. Ich hab viel zu viel Schiss jetzt. Ich weiß nicht, ob ich sie wiederbeleben muss oder ob sie jetzt... Ob wir jetzt nicht die Prozente dazu bekommen. Auf jeden Fall hab ich Schiss. Und wenn ich Schiss hab, dann muss ich den jetzt tot machen. Warum macht denn der das? Blöde Sau! Oh! Oh, 1750. Das war schon nicht schlecht. Oh! Oh!